Eisner, Michael. Karek, Michael. Marquardt, Simon. Klavon, Sascha. Akquise, Ra, Viktor. Kordek, Uwe. Maggi, Rata, Jack. Ich hoffe, ich habe es, es tut mir leid. Ich spreche in zu wenig aus. Team, Rainer, das sind die ersten zehn. Alles klar. Und jetzt nochmal, in der Reihenfolge, Sie werden noch vergnügt. Ja, Rekord, Stefan. Stefan Mierich. Oh, war ein Pirat. Bist du da? Der ist in der Küche. Alles klar, der kommt gleich wieder. Wünsche, dann nächster. Macht nichts. Gerbert. Ja, mein Name ist Gerbert Klaus-Ponner und ich möchte an der SMV zeigen. Mittelsommer, bitte. Mittelsommer ist in 9471. Ja, danke, Stefan. Du bist ja akkuliert. Ihr dürft ruhig klatschen, wenn ihr möchtet. Hä, bin ich denn schon dran? Nein, Herr Karek, wir sind noch nicht Herr Eisner da. Noch mal. Wen hast du gerade aufgerufen? Ich habe den Michel aufgerufen, aber der hat Probleme mit seiner Mitgliedslummer. Ja, hallo, ich bin Michel Eisner, meine Mitgliedslummer ist 22, meine Mitgliedslummer ist 22,3 und was. Ich möchte mal sagen, ich werde euch jetzt nicht von der Bühne werfen und sagen, ihr seid nicht akkreditiert, wenn ihr die ja nicht außen sagen könnt, wer sie weiß, weiß ich, aber ich denke, wir haben ein bisschen Toleranz, weil wir haben euch ja auch schon zweimal akkreditiert. Von daher, das ist aber das, was in der Satzung steht da vorne, ja, nur damit ihr wisst, warum ich das abfordere. Aber da haben wir vielleicht eine Satzungsänderung für die SMV. Ich würde gerne mit Ihnen für SMV. Dankeschön. So, Herr Karek, jetzt dürfen Sie. Ich bin Michel Karek, Mitgliedslummer 19, 475 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Ja, Herr Karek, ich bin Simon Karek, Mitgliedslummer 23594 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Dankeschön. Ja. Klaavon, Sascha. Hallo, mein Name ist Sascha Klaavon, Mitgliedslummer ist 21162 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Vielen Dank. Ich möchte an der SMV teilnehmen. Na, da ist er doch. Da. Okay, mein Name ist Stefan Jericho, meine Mitgliedslummer ist die 18384 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Vielen Dank, du darfst. Mein Name ist Reinhardin, meine Mitgliedslummer ist 19463 und ich gebe mein Ja-Wort zur SMV. Dankeschön. Der Uwe, die Magi oder der Viktor, mir egal. Wer möchte. Mein Name ist Mauke Jaber Ratajcak, genannt Magi, meine Mitgliedslummer ist 14091 und ich möchte gerne an der SMV teilnehmen. Dankeschön. Ja, ich bin Viktor und meine Mitgliedslummer ist mir leider gerade nicht bekannt, irgendwas mit 20. Ich möchte an der SMV teilnehmen und ich gelobe natürlich, die Satzung vor Unsinn zu schützen. Dankeschön. Herzlich Willkommen. Na, but not least, Uwe. Könntet ihr ein bisschen leiser sein? Ich weiß, es dauert jetzt alles lange und es ist viel Gewusel und es bietet sich total an, ganz viel zu reden, aber man macht das trotzdem nicht. Ja, mein Name ist Uwe Kordek, ich habe die Mitgliedslummer 15761 und ich möchte gerne an der SMV teilnehmen. Ich rufe die nächsten zehn Leute auf. Die können Sie schon mal direkt hier in die Nähe der Bühne stellen. Das sind Martin Delius, Martin Hasel, Alexander Spieß, Ute Laag, Thomas Matzke, Rainer Feltenmeier, Diana Poer, und Lasse Kosiol. Das waren nur acht. Bettina Günther und Dietmar Strauch. It's your turn. Okay, Martin Delius und ja, ich will. 1428, danke. Ja, Martin Hasel, besser bekannt als Maha, die Mitgliedslummer 1405 und ich möchte gerne teilnehmen. Ute Laag, Mitgliedslummer 35470 und ja, ich will auch teilnehmen. Lasse Kosiol, Mitgliedslummer 1427 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Dankeschön. Hallo, ich bin Diana Poer, Mitgliedslummer 42788 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, ich bin Diana Poer, Mitgliedslummer 43187 und ich möchte gerne an der SMV teilnehmen. Hallo, ich bin Bettina Günther und mein Mitgliedslummer ist 1495 und ich möchte auch an der SMV teilnehmen. Vielen Dank. Ja, Versammlung, ich bekenne mich. Ich habe Mitgliedslummer 4290 und ich möchte und werde an der SMV teilnehmen. Vielen Dank. Name. Den Namen Alexander Spies kennt er. Jetzt ja. Mein Name ist Dietmar Strauch mit der Nummer 3259 und ich möchte gerne an der SMV produktiv teilnehmen. Okay, damit haben wir wieder einen Punkt von 10. Den nächsten wären theoretisch Aljoscha Henkel, Daniel Senf, Oliver Waag, Simon Sabelek, Georg Wehrmann, Roland Bartsch, Heinz-Dieter Nikolai, Benjamin Biel und Simon Kowalewski. Schick, schnack, schnack, schnuck, wer gewinnt, darf zuerst hoch. Hallo, ich bin der Joscha Henkel, ich bin 16471 und ich freue mich auf die SMV. Vielen Dank. Danke. Georg Wehrmann, 22621 und ja, ich will teilnehmen. Dankeschön. Ich bin Oliver Waag-Jürgensen, ich habe die 6353 und ja, ich möchte auch sehr gerne teilnehmen. Danke. Mein Name ist Roland Bartsch, die Nummer ist 16709 und ich will. Dankeschön. Hallo, mein Name ist Daniel Senf, ich habe die Nummer 15207 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Simon Sabelek, 24123 und ich freue mich auf die SMV. Dankeschön. Heinz-Dieter Nikolai, 21409 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Benjamin Biel, 12691 und ich möchte das auch. Dankeschön. Simon Kowalewski, Mitglied 1698 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Yeah, Schubligurat. Yeah, Schubligurat. Okay. Wieder ein bisschen leise, die nächsten 10 werden aufgerufen, vielleicht seid ihr ja dabei. Ach du, ich rufe euer Name auf, eventuell. Sebastian Fichte, Holger Gerken, Jens Rumstig, Friedjov Binder, Wolfram Pries, Philipp Magalski, Olaf Lengner, Michael Konrad, Edmund Gulbis und Joachim Engelhardt. Hallo, ich bin Sebastian Fichte, meine Mitgliedsnummer ist 2776-2 und ich möchte an der SMV teilnehmen mitmachen. Dankeschön. Ja, mein Name ist Holger Gerken, meine Mitgliedsnummer ist 37755 und ich möchte auch dabei sein. Ich bin der Jens, Uwe Rumstig, ich bin die Mitgliedsnummer 3519 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Danke sehr. Hallo, mein Name ist Olaf Lengner, 22569 und ich möchte auch an der SMV teilnehmen. Mein Name ist Friedjov Binder, meine Mitgliedsnummer ist 363 und ich nehme auch teil. Auch wenn ich leider sagen muss, dass ich das Delegationsprinzip nach wie vor ablehne. Schön, dass du trotzdem teilnehmen willst. Hallo, mein Name ist Wolfgang Pries, ich habe die Mitgliedsnummer 3915 und ich möchte mich gerne hier für die ständige Mitgliederversammlung der Piratenpartei Deutschland Berlin akkreditieren in aller Öffentlichkeit. Hallo, Philipp Magalski, 6908 und ich sage Jao zur SMV. Guten Tag. Ich bin Michael Konrad, ich bin Tuaida, meine Mitgliedsnummer ist C21341 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, ich bin Edmund Skrubis, Mitgliedsnummer 30996 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Ja, der Joachim wird sich von hinten aus vorstellen, weil er dort ist gut, wenn er wirklich mit Seedönung ist. Ich hoffe, dass es so viel für euch ist. Hallo, ich bin Joachim Lengner, ich möchte an der SMV teilnehmen und mit diesem Zimmer habe ich leider noch nicht vorliegen. Vielen Dank, Joachim. Als nächstes bitte ich zur Bühne Vanessa Weidenfeld, Christian Krause, Achim Bartsch, Malte Jan Kaffenberger, Christiane Schinkel, Johannes Ponada, Dennis Mitterneder, Thomas Schäffer und Alexander Kops. Mein Name ist Achim Bartsch, ich bin Mitgliedsnummer 12073. Ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, mein Name ist Christian Krause, Mitgliedsnummer 43234 und ja, ich möchte an der SMV teilnehmen. Sehr geehrte Anwesende und Zuschauerinnen an den Anfangsgeräten. Ich bin Malte Kaffenberger, ich habe keine Ahnung, was meine Mitgliedsnummer ist, aber ich möchte auf jeden Fall an dieser SMV teilnehmen, bei dir der neue heiße Scheiß ist. Hallo, ich bin Christiane Schinkel, Mitgliedsnummer 14910 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo Versammlung, ich bin Johannes Ponada, ich kann es nicht mehr erwarten, endlich an der SMV teilnehmen. Meine Mitgliedsnummer ist 13947 oder Nummer 1 nach Chemnitz. Dankeschön. Hallo, ich bin Smitternieder, meine Nummer ist 23606 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, ich bin mein bürgerlicher Name ist Thomas Steffer, Mitgliedsnummer ist 14215 und ich will auch dabei sein. Hallo, mein Name ist Alexander Kops, meine Mitgliedsnummer ist 10.094 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Vielen Dank an alle. Als nächstes begrüße ich vor der Bühne Wolfgang Wiesel. Könntet ihr bitte wieder ein bisschen leiser sein, es werden Leute aufgerufen, die gerne sich für SMV akkreditieren würden. Wenn ihr reden wollt und nicht daran teilnehmen geht, bitte raus. Wolfgang Wiesel, Peter Loh, Silja Götzmann, Christian Kohl, Jannik Mayer, Sigrun Franzen, Andreas Pittrich, Florian Heine, Christian Richter und Tobias Losch. Hi, ich bin Wolfgang Wiesel, ich bin Mitgliedsnummer 13623 und möchte gerne an der SMV teilnehmen. Mein Name ist Peter Loh, meine Mitgliedsnummer ist 18205 und ich will an der SMV teilnehmen. Hallo, mein Name ist Christian Kohl, ich habe die Mitgliedsnummer 10317 und möchte gerne an der SMV teilnehmen. Hi, mein Name ist Janik Mayer, die Mitgliedsnummer ist 4686 und an der SMV nehme ich auch sehr gerne teilnehmen. Mein Name ist Sigrun Franzen, ich habe die Mitgliedsnummer 31940 und werde an der SMV teilnehmen. Hallo, mein Name ist Christian Richter, ich habe die Mitgliedsnummer 44224 und ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Arbeit an der SMV, an der ich gerne teilnehmen möchte. Hallo, mein Name ist Silja Gatzmann, meine Mitgliedsnummer ist 1626 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, ich bin Tobias Losch, meine Mitgliedsnummer ist 44267 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Danke. Hallo, mein Name ist Alexandra Krause, ich bin richtig froh, dass wir die SMV endlich haben. Meine Mitgliedsnummer ist 23614 und ich möchte bitte teilnehmen. Vielen Dank. So, die letzten 13, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Ich begrüße Anissa Fliegener, Alexander Krause, hatten wir gerade? Nein, wir hatten schon einen Krause, aber wir haben zwei Krause. Diesmal Alexander Krause. Dann Birgit Schipke, Michael Herbst, Barbara Hamp, Jan-Ulrich Franz, Petra Wille, Jochen Bokor, Siegfried Schlosser, Matthias Zech, Sven-Ola Tücke, Rolf Schümer und Georg von Borovischeni. So, ich fange einfach mal an. Joachim Bokor, ich glaube, das war die 10.11.50 oder so. Und ich will auch an der SMV teilnehmen und die Datenschutzbestimmungen bekommen wir sicher noch gefixt. Ich bin Anissa Fliegener, meine Mitgliedsnummer ist 16507 und ich möchte an der SMV teilnehmen. Hallo, ahe, mit der Mitgliedsnummer 7495, Jan-Ulrich Franz, mein bürgerlicher Name, und ich möchte auch sehr gerne an der SMV teilnehmen. Ich bin Petra Wille, meine Mitgliedsnummer ist 18444 und ich möchte teilnehmen. Hallo, mein Name ist Matthias Zech, ich möchte auch an der SMV teilnehmen, meine Mitgliedsnummer ist 3517. Mein Name ist Barbara Hanf, ich freue mich auf eine Zusammenarbeit an der ständigen Mitgliederversammlung. Am Mitgliedsnummer 19501. Mein Name ist Rolf Schümer, Mitgliedsnummer 15227 und ich möchte auch bei der SMV mitmachen. Ja, Sven Ola Tücke, 3249 und ich nehme natürlich auch teilnehmen. Hallo, mein Name ist Dietrich Schlosser, ich habe die Nummer 4679 und ich freue mich auf die SMV. Hallo, Birgit Schüppel, 310060 und ich nehme an der SMV teilnehmen. Hallo, mein Name ist Michael Herbst, ich möchte an der SMV teilnehmen und meine Mitgliedsnummer ist 2. Georg von Borovice, die Mitgliedsnummer ist 11867 und ich formuliere die abweichende Richtermeinung. Ich möchte nicht, ich will an der SMV teilnehmen. Vielen Dank. Lara, gehst du mir noch ein, zwei Sätze? Ja, also, daher ich ja beim Ausfüllen des Protokolls gemerkt habe, dass ich hier noch Lücken habe. Sprich, theoretisch rennen noch Leute mit Formularen durch die Gegend, die ich nicht überprüft habe, weil ihr steht noch nicht in dieser Liste. Es wird morgen nochmal eine zweite Gelegenheit zur Akkreditierung geben. Solltet ihr die nicht wahrnehmen können, wird es auf der nächsten Vorstandssitzung auch die Möglichkeit zur Akkreditierung geben. Also, deswegen nicht traurig sein, morgen einfach hier wieder auftauchen. Und ansonsten dürft ihr euch jetzt einmal selber applaudieren, die SMV ist beschlussfähig. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir, so von außerhalb der Partei.